Ich wollte das gerade eben nicht. Das war... Ich hab Tourette oder so. Ich wollte das nicht. Ich hab Tourette oder so. Ja, viel Erfolg damit. Ja, es tut mir auch leid, dass ich sie touchiert habe. Herr Officer... Sie haben mich touchiert. Was? Sie haben mich touchiert, hä? Ach, dich platt, Alter. Komm, komm her, hier, hä? Moment mal, Moment mal. Fahr dich um. Moment mal, ich kenne Ihre Stimme. Oh, nee. Ich kenne Ihre Stimme. Willst du einsteigen? Nein, ich will nicht einsteigen. Herr Officer, die haben mich schon zweimal entführt. Bitte schnappen Sie sie. Schnell. Ich hoffe, dass da kann mal einer wieder ans Fenster kommen. Die haben sich als falsche Cops ausgegeben und haben mich zweimal schon mal entführt. Und am nächsten Mal, ob sie viel wert wären. Naja, die Cops haben mich ausgelöst gehabt beim Einmal. ...geben, wenn es für sie in Ordnung wäre. Wir haben eine Waffe, die nicht legal ist. Ja, die hab ich gefunden. Deswegen hab ich sie auch... Warten Sie. Deswegen hab ich sie auch angeschrieben. Wo soll die hin? Auf der Boden. Ganz kurz, der Fahrer des grünen Autos. Sind Ihre Finger nachgewachsen? Ich muss kurz weiter weg. Ähm... Sind Ihre Finger nachgewachsen? Naja, die Medics konnten die glücklicherweise wieder annähen. Nein, ich steige nicht ein. Ich wollte das auch gleich abziehen. Entschuldigung, wir holen sie gleich eh wieder. Sie holen mich eh gleich wieder, das glaub ich aber nicht. Ist nicht egal. Aber was, wir holen sie wieder? Nee, nee. Wo ist die denn illegal? Die, die goldene ist illegal. Ist nicht. Man dient hier mal zweimal am Leben. Ja, beziehungsweise dreimal, ne? Wo ist denn der Andressen? Die, die wollen mich wieder entführen. Haben Sie das nicht grad gehört? Ja, ja, ja. Ey. Wollen Sie bitte weiter, der Andressen sich belästigt. Ich will mich auch belästigen. Das ist Mr. Fahren Sie bitte weiter. Mr. Lux und Mr. Wasser. Die haben hier eine Hand abgeschnitten und, äh, äh, zwei Finger. Herr Wasser? Herr Edwards? Kann er... Was? Auf jeden Fall, das könnte Herr Wasser sein. Der andere ist aber Herr Lux. Die Stimme werde ich nie wieder vergessen. Denken Sie doch nicht zu nah ans Auto ran. So, fahren Sie mal bitte weiter. Der Herr wird sich bedroht. Der Nischung ist auch unwohl. Fahren Sie bitte weiter. Mich auch unwohl. Fahren Sie bitte weiter. Was wenn nicht? Sollen bitte weiterfahren. Was wenn nicht? Dann wird es andere Konsequenzen hier geben. Was sind Konsequenzen? Was sind Konsequenzen? Ich merke, ich liebe die Grenzen, Nico. Ja, ich weiß. Danke für die Waffenabgabe. Sie werden Ihnen aber kein Geld dafür geben. Warum? Wir sollen weiterfahren. Wir hätten die Waffe doch anderweitig benutzen sollen. Sag ich doch, wir hätten die Cops abknallen sollen. Äh, äh, nee, ich habe nichts gesagt. Ach so, ja gut, umdrehen. Ich habe das nicht gesagt. Ich habe das auch nicht gesagt. Das war jetzt ein Spaß, Mist. Wir sollen weiterfahren. Ja, okay, wir fahren weiter. Bleiben Sie locker. Umdrehen. Hä? Sie haben gerade gesagt, wir sollen weiterfahren. Jetzt rum? Nein, das war ein Spaß, Herr Officer. Nimm Sie sich jetzt rum? Ja, okay. Nehmen Sie die beiden mal fest, die haben mich entführt. Kannst du mir die Schlüssel mal geben, bitte? Quatsch, mein ich. Alles klar. Aber Sie meinen Führerschein, warum sollte ich dir meine Schlüssel geben? Sie sollen jetzt wegfahren. Anlassen? Können Sie mal herkommen? Können Sie das nicht anlassen? Muss ich mich nur gegenbeugen. Naja. Also, Herr Officer. Ich war denn das gerade für eine Aussage. Herr Officer. Die beiden haben mich entführt. Zweimal. Die haben sich als falsche Cops ausgegeben. Die haben ihre Kollegen überfallen. Deren Uniform geklaut und Fahrzeuge geklaut. Und mich damit entführt. Was war das gerade für eine Aussage, bzw. was sollte das für... Der Satz. Welcher Satz? Wir hätten lieber die Cops abknallen sollen. Nicht Sie als Cop. Cop darf man Sie doch sowieso nicht nennen. Ich meine mit... Ich meine nicht Cop, ich meine Cup. Cup der guten Hoffnung, wissen Sie? Da ist eine Schießscharte. So heißt der Schießplatz oben im Norden der Insel. Bei Waffen, äh, eine Hose. Jetzt lassen Sie mich der Cop, ab weil er wieder gehen. Auf, auf. Ich schätze, Cops hier ist noch. Die haben mir Dietrich gegeben. Ähm. Da geht jetzt... Ist klar, wenn wir das Ding hier verlassen, dann werden die uns hochnehmen, ne? Warum? Ja. Ich kann nicht fahren, die entführen mich sonst wieder. Ja, gut, dann fahr ich halt. Soll ich fahren. Kannst du gut fahren? Klar kann ich gut fahren. Hast du auf dem Führerschein? Ja. Wann hast du den denn gemacht? Na, als ich auf die Insel kam. Oh Gott, Alter, ist das schon lange her. Nein, dann steigen wir mal kurz um. Fahr du. Ja, warte. Ich hab ne Idee. Die Idee ist doch einfach um. Okay, machen wir. Fahr los. Hopp. Tschüss, Herr Officer. Wir retten dich nicht, wenn wir entführt werden. Viel Erfolg. Bitte, wat? Wir retten dich nicht, wenn wir entführt werden. Nette Cops. Oh, scheiße. Ich fahr schon hinterher. Ich muss lieber umdrehen. Nein. Wir müssen das irgendwie anders klären. Wir müssen in die Stadt reinfahren. Du, halt an, Alter. Stopp, 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 stopp. Halt stehen, Mann. Alles klar. Dann kommt es raus aus dem Auto. Dann kommt es raus aus dem Auto. Dann kommt es raus. Ich will diesmal nicht in ihre Hände fallen. Ne, ne, ne. Ich will diesmal nicht in ihre Hände fallen. Ne, ne, ne. Vielen Dank.